Wenn du das Video hier siehst, kam der GTA 6 Trailer noch nicht. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht wie in der Vergangenheit, wo ich sagen muss, ey Leute, ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird es passieren. Nein Leute, ich bin mir sicher, nächste Woche wird es passieren. Also nicht demotiviert sein Leute, es ist auf jeden Fall bestätigt, Anfang Dezember ist safe. Also das heißt auf jeden Fall, dass wir nächste Woche den Trailer sehen werden, beziehungsweise sogar noch an diesem Wochenende. Ich sag mal, ich hab immer gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn der Trailer nicht diesen Freitag, also heute kommt, sondern nächste Woche, weil ich habe nächste Woche komplett Urlaub und ich kann mich nur auf den Trailer fokussieren und euch die beste Analyse liefern, die ihr jemals auf YouTube gesehen habt. Nichtsdestotrotz, warum stehen hier Anzeichen dafür, dass wir am Wochenende was sehen können, beziehungsweise nächste Woche? Wann ist es soweit? Da habe ich für euch Informationen, Leute, die sich gewaschen haben. Und seid da auf jeden Fall bereit, es geht bald los. Es wird auf jeden Fall ziemlich geil. Der Dezember hat angefangen und Rockstar Games wird uns in den nächsten Tagen den Trailer zu GTA 6 posten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, Jungs, wie ich da, ich weiß gar nicht, was ich machen werde. Ich werde den Trailer sehen, draufklicken und ich werde, mein Herz wird sowas von rasend. Boom, 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 boom. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich mir, wie, oder besser gesagt, wie oft ich mir diesen Trailer reinziehen werde. Ich werde mir den ganzen Tag reinziehen, bis zum geht nicht mehr. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll oder reagieren werde, wenn das wirklich so passiert. Und natürlich, wenn du keine weiteren GTA 6 News verpassen möchtest und auch die dicke Analyse, die kommen wird, nicht verpassen möchtest, dann abonnieren, um hier immer auf dem neuesten Stand zu bleiben bezüglich GTA 6. Und kommentieren und liken, das würde mich sehr supporten, Leute. Schaffen wir die 300 Likes für GTA 6. Würde mich sehr freuen. Wir starten mal sofort mit dem Video. Denn Test2 hat folgendes gesagt. Ich weiß, er hat gesagt, es könnte sein, dass am Freitag was kommt, aber es war nur Spekulation von ihm. Und jetzt schreibt er folgendes. Die GTA Online-Veranstaltung, also erwähnt, dauert zwei Wochen und endet am Dienstag, den 12. Dezember. Vor der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 ließ Rockstar eine Woche aus, um den Trailer ins Rampenlicht zu drücken. Das Ende nächster Woche ist wahrscheinlich für den GTA Online DLC reserviert. Wir können also mit GTA 6 Trailer entweder am Freitag, also das wäre eigentlich heute, am Wochenende oder höchstens maximal am Dienstag rechnen. Und da hat er recht, das GTA Online DLC geht bis zum 12. Dezember, denn am 12. Dezember wird auch das neue GTA Online DLC erscheinen. Und dann wird natürlich vorher der Trailer dazu kommen und wir werden auf jeden Fall nächste Woche noch vielleicht am Wochenende mit einem Teaser am Sonntag, Leute. Haltet die Augen auch offen auf den Sonntag, denn Rockstar Games wird auf jeden Fall vielleicht, wie bei Red Dead Redemption 2, am Sonntag irgendeinen Teaser veröffentlichen und dann in den nächsten Tagen dann den Trailer dazu. Das könnte auf jeden Fall so passieren wie in der Vergangenheit. Bedeutet, wie Tessus gesagt hat, die nächste Woche, also Donnerstag, Freitag ist für den GTA Online DLC reserviert und Anfang der Woche wird der GTA 6 wieder kommen. Am Montag oder am Dienstag oder vielleicht schon mit irgendeinem Teaser an einem Sonntag. Was interessant ist, Leute, Jason Scheuer. Er hat ja GTA 6 zum ersten Mal offiziell bestätigt, bevor Rockstar Games überhaupt noch was gepostet hat. Und der hat einen Podcast geführt und etwas Wichtiges zu GTA 6 gesagt, was wir verpasst haben. Aber ich hab's für euch rausgefunden und das werde ich euch nicht vorenthalten. Er hat erzählt, nachdem er die Information preisgegeben hat, dass der GTA 6 Trailer kommen wird, hat er sich nochmal die alten Rockstar Games Trailer angeschaut. Und hat Folgendes gesagt. Da gibt es keinen in dem Business, der bessere Trailer macht als Rockstar Games. Jeder einzelne Trailer ist ein Banger. Und von dem, was ich gehört habe, wird der GTA 6 Trailer auch ein Banger werden. Was bedeutet, dass der Trailer schon seit Wochen fertig ist, Leute. Das ist krass. Und dann sagt er noch Folgendes. Wir sind nur noch drei Wochen von dem Trailer entfernt. So um den Dreh in ein paar Wochen kommt der GTA 6 Trailer. Und das Interessante ist, Leute, am 16. November wurde diese Podcast-Folge hochgeladen. Und am 16. November hat er gesagt, wir sind drei Wochen von dem Trailer entfernt. Bedeutet, wenn er am 16. November gesagt hat, dass wir ungefähr drei Wochen davon entfernt sind, heißt es, dass wir den Trailer nächste Woche bekommen und nicht heute, was nicht passiert ist, oder am Wochenende, sondern nächste Woche. Aber nächste Woche ist es zu 100% safe. Da muss irgendwas kommen. Deswegen, haltet die Augen offen, Leute. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Es kann immer noch sein, dass dieses Wochenende was kommt. Denn bei Rockstar Games weiß man nie, was da passieren wird. Deswegen, haltet die Augen offen. Es kann zu jeder Zeit was kommen. Ich werde sofort etwas hochladen. Und sofort diesen Trailer analysieren. Deswegen, bleibt am Ball. Ich bleibe am Ball für euch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht zum nächsten GTA 6 Trailer. Macht's gut. Bis dahin. Euer Mr. Six. Euer Mr. Six.